Ich glaube ich spinne. Schon gegessen? Wie funktioniert denn unser Zehnersystem, dieses Dezimalsystem? Das ist ja ganz einfach. Doch, da gibt es zehn verschiedene Ziffern, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wenn eine Zahl eine Stelle weiter links steht, dann bekommt sie den 10-fachen Wert. Und wenn die Ziffer zwei Stellen weiter links steht, bekommt sie den 100-fachen Wert. Was glaubst du, wenn die Ziffer drei Stellen weiter links steht, kriegt sie den 1000-fachen Wert. Das ist ja ganz einfach. Untertitelung. BR 2018